Herzlich willkommen bei Nicht Verzeigen, Peterfragen. Wieder mal ein Studiengang, erklärt in 60 Sekunden, dennoch zulassungsfrei ist und den man ab 1. September studieren kann. Hier der Studiengang Küsten- und Meeresmanagement. An sich eine absolute Zukunftsaufgabe. Durch den Klimawechsel steigt der Meeresspiegel und dann ist halt so, dass zwei Drittel der Menschheit leben in Delta-Gebieten. Man muss also da irgendwas machen, von daher ist das Küsten- und Meeresmanagement wirklich sehr gut. Führend sind da die Niederländer und ihr könnt das studieren, direkt bei van Haal-Larenstein, eine hervorragende Universität, die in Leowaden angesiedelt ist. Die Niederländer sind überall in der Welt dafür zuständig. Vier Jahre ist das Studium, 2078 Euro Studiengebühren und NC-FRI. Also für alle, die für Freitas für Schulschüler dabei sind und unsere Welt retten wollen, ist das eine interessante Idee. Das könnt ihr neben van Haal-Larenstein auch in verschiedenen Variationen in der UG School Zeeland studieren. Da heißt es Water Management oder Delta Management. Guckt euch das an auf unserer Seite www.studieren-in-orland.de. Geht dann dort auf dem Menüpunkt Last-Minute-Schulenstart und da findet ihr das. So, in 60 Sekunden wieder erklärt eine interessante Idee für euch.